was geht und willkommen zu einer folge am morgen die runde hat jetzt schon gestartet wir sind besatzung und das ist doch schon mal eigentlich ganz gut oh shit polrex ja das war jetzt unerwartet ich lasse euch dann mal das nicht alles mitsehen warum auch immer ich bis gleich gesagt hat es geht ja schon das geht jetzt so weiter und wir sehen werden mal sehen und polrex das auch war das sehen wir dann doch nicht balkon machen mal die aufgabe bahn okay wir haben okay wir verlassen mal das game und suchen ich habe gerade bock aufs geld voll perfekt ich lasse hier an der stelle mache ich mal kurzen cut das geht jetzt so weiter ich habe eine lobby gefunden nach zehn minuten oder was das waren vielleicht waren es auch nur fünf ich weiß es nicht verräter geil das wird eine geile runde vor dem wandler gelb aus krasse leistung so wir müssen mal die karte ziehen reaktor oder kommt kommt sind auch nicht so schlecht komm steckel man meeting what is ja jeder hat den gewollt perfekt schon mal ein crewmate wieder kein verrückter das stimmt das ist natürlich sehr schön auch kommunikatschieunis ich ich ja ich 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 ja ich habe dies getötet ich frag mal wo auch wenn ich es weiß wo oder wer ja Wir sehen uns gleich. Ich mache hier einen Cut. Keiner ist raus, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mache hier einen Cut. Ich mache hier einen Cut. wir sehen uns ich mache jetzt geht es mal wieder kurz weiter wir haben ja eh gleich gewohnt schätze ich ich mache dann mal wieder so das geht jetzt noch mal weiter perfekt einmal sabotieren und wir haben gewonnen ich würde dann aber mal sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne eine positive bewertung da und auch gerne ein abo das würde mich sehr freuen und dann würde ich sagen ciao